Ich hab auch, ich hab auch Punkte zurückbekommen, Armin. Ich hab ein blaues Pack. Blaues? Ich hab auch... Meins ist lila, Digga. Oh, Junge, meins ist scheiße. Was hast du bekommen? Den Thermite Weapon Skin. Digga. Ich hab für Sophia ne Uniform bekommen, sie sieht einfach genauso aus wie ihre normale. Haha, nur aus Stoff? Ja. Das einzige, was ich machen würde, ist, glaube ich, Sophia, um Leute zu ärgern. Ja, eben, genau das hab ich mir auch gedacht. Ich glaub, ich hol mir 8 Packs, oder so. Oder Goyo! Mit seinen Segelhorn. Ja, ich hol mir nicht so viele, ich hol mir, glaube ich, 4, oder so. Ja, na komm, ich hol mir auch 4. Nur Uniform? Okay, werd nicht... Ja, ich hab nur Uniform gezogen. Blau. Wow. Ah, Frost Waffe Skin. Gold! Für Capital, für Headgear. Ja. Lila Liss. Dieses Geräusch dabei. Für Capital Uniform. Und? Dann noch ein Lila Liss. Komm, ich komm hier nochmal mit Renown Packs. 4 Stück. Alter, 45k. Ja komm, ich muss auch reinpaint. Ja, wieder Lila, Digga. Für Thermite die Uniform. Nein, komm, Headgear. Ja, Gold! Ja. Für Ella! Oh shit. Junge, ich hab eine Elite. Ich will das nicht. Oh, blaues. Oh, Waffe Skin. Und, komm, komm, Gold, Gold, Gold. Oh, Lila. Oh, Junge. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Uuuuh. Alter, siehst du das? Kann man Team killen? Ja, wir zielen mit zweifach. Man kann nicht. Team killen. Hm? Nein. Kommen, bisschen COD. Komm, 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 komm. Komm, COD. Haha, wir spielen COD in Rainbow. Alter, ich treff... Was? Wo? Wieso hat die FEC so viel geschlossen? Oh, was? Was? Warum ist der Rico so hoch? Ich bin groß. Hey, ich hab ja gespawtrapped. Ach, Junge. Ey, kannst du auch nicht direkt gecrouchen, Mann? Doch, man kann nicht spawnen. Ey, Digga, ich werde nun aus dem Spawn abgefarmt. Haha, ich kann nicht leben. Alter. Ich hab 10 Tote. Pfff. Ich bin einfach im Spawn bei denen. Haha. Spawn Protection. Spawn Protection. Spawn Protection. Oh mein Gott. Was ist das hier? Junge. Wo? Bin die droppt? Der sitzt mit seinen Segelohren. Die Trovatos. Privatdetektive im Einsatz. Bin auf einer Streak. Ich mach Nuke. Ja. Der Spawn Trapped. Oh Gott. Nein. Shut the fuck up. Wie killt der jeden? Alter, diese Waffe ist so heftig, ne? Alter. Es macht so Spaß. Das Problem ist... Das ist voll absolut nicht spooky und dann diese spooky Musik. Was ist das denn? Oh no. Das ist fucking cringe, dog. Was ist das denn? Oh Gott. Wie die da stehen. Die haben gar nichts in der Hand. Was machen die da? Ja, das... Das ist doch verpackt. Ihh, man kriegt ja gar nichts. Unrenowned. Pumpe. Junge, warum? Was? Was? Ich bin instant tot? Ich hab das Cypher Scout gemacht. Ich hab da gar ein bisschen broken. Warum? Ich weiß nicht, aber irgendwie kann ich damit voll kacke aim. What? Double trouble. Prepare for trouble. Make a double. Oh Junge, was? Oh Gott, wir sind in deren Spawn. Warte, ich hab ein Pack. Ich. Flippity Packs. Hey. Okay, mach ran. Jo. Hast du gold? Ey, warte doch. Junge. Also, warte, warte. Oh Gott. I'm running. Oh Gott. I'm running. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich kann nur nix machen. Ich hatte Spawn Protection, der war einfach blau. Ich brauch fast mags, Alter. Schleif mich jetzt bei denen. Oh Mann. Was? Ich komm mal rüber. Ach, für ein Bastard. Ich seh's grad. Alter, hier ist ein Sniper-Dauer. Was? Ich hab's bekommen? Ja, ich hab einen. Ich hab zwei Wurpswam-Kill. Ja, ich verklick mich immer. Was bin ich für ein Bastard? Ich hab... Ich hab... Fahrt die alle aus dem Swallow-Stick. Aus dem Fenster da. Ja. Viel zu lang irgendwie. Ich bin so ein Opfer. Ohne Witz. Ich aim die ganze Zeit aus das Fenster. Ich bin so ein Opfer. Ich bin einfach das größte Opfer, Jungs. Ich bin safe seit zwei Minuten nicht gestorben und... Machst du grad Nuke oder was? Ich mach Nuke. Nein! Geht ins andere Fenster. Knife jetzt irgendjemand. In neuen Mode? Oder was macht er? Ja. Hihihi, ich hab ihn gelifet. Junge. Fire, Mac, Jagerman, der vierte, sein Obos-Vater. Der achte Cousin davon. Was? Diamond-Gegner? Ohhhh. Champion Nummer 200? Nein. Ja. 35er Smurf. Und Diamond. Gönnt euch. Matchmaking easier. Champion Nummer 8? Was? Ja. Warte, Champions... Ey. 260 von der ganzen Welt. Ja, ja. Ist Champion Nummer 8? Ne. Hä? Warum steht da in der Achtert oder so ein Ding? Oder was ist... Ich steh nicht. Achso. No kick left behind. Warum kriegen wir die heftigsten Gegner in diesem Game? Wegen Jus. Ja, wa... Ja, wa... Ne Drecks-MMR. Junge, es gibt doch Matchmaking. Als wir so heftig sind. Jetzt mal ohne Witz. Wir zocken gegen die heftigsten Gegner, Alter. Wir stehen jede Runde verloren. Wir haben jede Runde verloren. Jede Einzelne. Junge, ich hab keinen Bock. Das wird wohl kein Content. Hehehehehe. Das ist einer geschrien. Mhm. Er kommt, er kommt. Oh! Ich hab ihn. Ja. Er liegt sich hin. Wie? Ich dachte, du hast ihn geholt. Er hat sich einfach hingelegt, Digga. Das ist ne Counterflay. Habt ihr schon nen Kill? Alter, wir... Äh, das wird wohl kein Content. Das wird wohl kein Content. Das wird wohl kein Content! Warte, ich knife jetzt einen. Von dem. Fuck! Ich wollte ihn doch nur knifen. Alter, er hat sich schon wieder instant zu mir gedreht. Kannst du keinen erzählen? Halt dein Maul, Impact. Ich schwör... Halt deine Scheißfresse. Kannst du keinen erzählen? Ey, dieser Typ, der fuckt mich so heftig ab, Mann. Nein. No! Warum? Was ist das für ein Sound? Was? Keine Ahnung. Was ist das? Nuklearnapro. Jürgen, explodiert gleich ne Web. Jürgen, ich schwör die Web-Explosion jetzt gleich. Was war das? Ich hab keine Anzeige mehr und... Hä? Ein on-going match? Ach so, aber ich kann nicht ne Match für keine Kunde rein. Jubel. Hä? Ich kauf mir normal Packs. Not even kidding. Scheiß drauf. Ich bin süchtig. Oh. Lila. Ich hab das von niemandem gehört, die so... Was echt? Oh geil! Gold! Oh, fight you. Ich will doch nur für so viel haben. Gold! Oh! Goyo! Nee, Algen geht rein. Ich hab noch 1000 Credits. Das krieg ich dafür. Ah, Platten 3. Platten 3. Okay. Das ist gut jetzt. Und wir haben ein Baguette. Er heißt Baguette und ist Silber 3. Wieso ist der Silber? In der fucking Platte. Was ist das für ein Matchmaking? Und mittelscharf. Jürgen, was ist das für ein Matchmaking? Kann mir jetzt einer erklären, wie das beim Ubisoft funktioniert? Wenn ich das wüsste, dann... Ich wüsste selber nicht, wie das funktioniert. Ich kann... Ja. Hahaha. CoD. Get the bags. Man kann auch ein Pack kaufen. Oh. Scheiß drauf. Und ein Pack. Gold? Oh, es ist Gold. Komm, komm. Sophia, Sophia, Sophia. Oh, Castle. Gassel. 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 Äh... Zufall. Hör doch zu. Hör doch zu. Hör doch zu. Hör doch zu. Hahaha. 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 Was war das denn? Schwein. Hahaha. Nein. Das war dumm. Wir haben nicht gepreatet. Oh, this you crazy mother... Oh, wir fehlen. Oh, wir sehen uns noch ein paar Hörer. Oh, wir sehen uns morgen wieder. We economy mit Jesus. Wir sehen uns nach 3 hörer. tatsächlich pathfresh. Ich kann dir sagen. Ich f mechanical innovator. Wir sehen uns nach dem describen, 당시 meinen Namen. Vielen Dank.